Hallo und herzlich Willkommen zu einer anderen Folge Minecraft Hexit. Ja, letzte Folge habe ich hier einen Ender-Chest gebaut, wir waren in der Hölle und ich habe mir ein geiles Ender-Giant-Sort gemacht. Das völlig unnötig ist? Ne, ne, das ist gut, ich habe es getestet. Mach ein Attack-Damage mehr als Diamond-Giant-Sort. Wow! Habe ich getestet? Geil! Das war wirklich unnötig, also hat sich wirklich gar nicht geholfen. Also meins hat Sharpness 3 und Fire-Spec 1. Ja, ich nutze, ich warte, die Enchantress schon, aber ich nutze noch meinen Diamond-Giant-Sort, das hat Sharpness 4. Aber ich will es halt schon mal haben, weißt du? Ja, im Wetterverlauf mach ich mir auch einen, aber hat ja noch Zeit. Haben da jetzt Sachen... All der Regen nervt irgendwie. Wenigstens ist es nicht wie in, ach, auf der Center Maps wird immer gewittert. Ja, kein Regen ohne Gewitter. Nein, es gewittert nur. Ich mache gerade Eisen. Oh, ganz viel Quarz. Was kann man damit machen? Nichts, aber ich will mein Haus dann später aus Quarz bauen. Achso, okay. Ich gucke kurz nach... Dein Haus. Oh. Man kann nur bauen, wirklich nur bauen. Oder vielleicht auch nicht, ich gucke, aber ich mache eigentlich... Hartkanister. Man kann wirklich nur Sachen damit bauen. So, Hartkanister. Ich gehe jetzt glaube ich auf Dungeon. Ich kann jetzt noch ein Mediatur herzugucken. Wer will mitkommen, Dungeon? Äh, ich gucke gerade noch was. Ich glaube, ich kann auch mal auf Dungeon Loot so gehen. Ich gucke einfach. Ich gucke einfach. Wow. Wow, hier ist ein Meteor vor meine Nase eingeschlagen. Ohne Spaß. Ohne Spaß. Sie haben ihn runterfallen sehen. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Hier ist eine Kleininsel Hier auch noch ein Kobold oben Boah, da gibt es die Dings, ne? Untertitelung des ZDF, 2020 Hier habe ich ein Village-Jet ausgefunden Hier ist eine Kleininsel Hier ist eine Kleininsel Hier ist eine Kleininsel Oh Gott, schon wieder. Nee, endlich. Das müssen wir gleich umstellen. 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 Warum? Ich fliege gerade herum. Das merke ich auch, weil ich kann keine Kisten öffnen. Oh ja. Die Chunks können ich gleich. Oh. Und ist er gestürzt? We time out. Ist es time out? Ist er down der Server? Alter wie geil. Die FPS von mir einfach. Ich glaube schon. Und was hast du gemacht? Durch die Welt geflogen? Das dürfte nicht so weit. Also ich würde sagen, wir sind zwar noch im kurzen Cut wieder. Hier. So. Hier sind wir jetzt wieder auf dem Server. Wieder am Start. Das andere Dungeon ist auf einmal weg. Aber jetzt ist dieses Dungeon hier da. Untergrund Dungeon ist glaube ich sogar noch besser als ein Oberkund Turm. Und die möchte ich jetzt nochmal. Und die möchte ich auch kommen. Wo müssen wir hin? Ihr könnt zu mir kommen, wenn ihr wollt. Ja. Welche sind so? Oh. Fuck. Ich glaube das wäre nicht so gut. Weil. Oh mein Gott. Ich weiß es nicht. Ganz hoch. Ganz hoch. Ganz hoch. Oh man. Diese verkackten Spinnen. Ey. Ich sterbe. Das sind vier Spawn-Aten. Das heißt hier sind keine Chests. Die sind jetzt noch. Mega kack Loot. Ähm. Wo bist du denn? Welche Koordinaten? Ja. Minus 200. Minus 300. Dann müsstest du mich jetzt schon sehen. Okay. Also Minus 200. Minus 330. Dann sind wir in die Richtung. Ja. Oh. Ich hör dich. Pass auf. Hast du Fliegen jetzt angemacht? Ja. Gut. Oh Gott. Ich muss blockenäten. Verdammte Scheiße. Doppelten. Oh Gott. Das bin ich nicht. Hä? Ich weiß wieso ich es gemacht habe. Weil hier. Die einzigste Möglichkeit in Hexe. Haltweg sinnvoll zu kämpfen. Das ist nie. Weil hier sind Creeper. Und dann mach ich mal hier blocken. Was war die zweite Koordinate, Simon? Äh. Minus 200. Minus 330. Okay. Aber ich glaube es ist nun Kack Dungeon. Weil hier sind keine Kisten drin. Keine Kisten sind ja dann schon. Nein. Ich werde down gehen, Leute. Ich geh gerade down. Wir sind nämlich zwei. Da sollten wir dir auch mal schnell helfen. Äh. Ach da ist es. Simon. Ich bin da. Komm mal. Schnellster Weg nach unten ist immer einfach durchbuddeln. Okay. Oh sorry. Ich habe gerade geschlagen. Das ist eine Kiste. Aber YOLO. Ja. Ich bin gerade gegen die anderen hier unten. Ich mache einfach YOLO und renne nach unten. Ich bin so dumm. Ich mache YOLO. Ich mache YOLO. Ich bin jetzt fast ganz unten. Ich bin ganz unten. Ich bin ganz unten. Ich bin ganz unten. Das ist nur Scheiße drin in dem Dungeon. Ernster. Es ist auch auch so. Schade, aber vielleicht ist ja eh immer was Gutes noch. Nee, es ist nichts Gutes drin. Ich bin ganz unten. Simon. Ich fall einfach immer weiter nach unten. Ja, ich muss ja einfach die Electric Stop benutzen. Dann. Ja, ich ist doch egal. Jetzt ist kein Gut drin. Ich ging wieder nach oben. Aber ich komme zu euch. Warte. Es ist nichts. 200 und es ist 300. Oh. Oh. Boah. Scheiße. Scheiße. Ich komme hier nicht durch. Wir brauchen unbedingt mehr elektrische Leszenzen. Meins darf. Meins darf. Meins darf es auch schon fast dauern. Meiner hält. Weil ich jetzt die ganze Zeit hier rumgeflogen bin. Welche? 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 Es wird wieder nach unten gefallen. Weil hier wo ich mich nach unten bin. Minus zwei und eine minus 330. Oh, dieses Doppelfil sprinten regt so auf. Oh. Doch. Ich habe nochmal gefunden den alten Dungeon. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Okay. Das ist aber extrem nah. Nee. Das ist der andere da. Das ist der andere. Mein Point. Wieder mich dahin. Mann. Wo bist du hin? Ich bin, äh, weiter zu 2, ähm. Warte, ich kann es hier gleich durch. Also, ich habe zwei Helmung gefunden. Einen Network. Minus, äh, kommt zu, ähm, minus 300, minus 220. Was? Du bin jetzt 300 auf einmal. Ja, ich bin halt weitergelaufen. Oh, wie hast du flying an? Ja. Ich bin gelaufen. Okay, ich bin gerade auch bei so einem komischen Dungeon. Oh, fuck. Ich habe mich gerade selber abgeschossen, glaube ich. und nichts drin ist. Okay, da ist... Das ist... Ich... Ich sterbe. Nicht. Sieh mal, ich bin da. Ich habe jetzt ein Ohr nicht gehört. Ach, bei dem Untergrundturm hier wartet oder was? Nee, das ist so ein kaputter Battle Tower Dungeon. Oh, Pumpkin. Und Melonen. Das ist... Das ist schon wertvoll. Oh, ich habe einen Amboss gefunden. Oh, den können wir einschmelzen. Oh, den können wir einschmelzen. Oh, den Ball. Oh man, ich hätte den Magic Mirror für zuhause benutzen sollen. Oh, guck mal, Sachen zum Einschieben. Wieso baust du es nicht ab? Ich werde hier angegriffen. Ja, ich wurde auch angegriffen. Da braucht ihr wohl einen, der das vorne abbaut. Ich komme schon. Zack, abgebaut. Ach, hier ist der Untergrundturm. Was hat die jetzt hier? Ich bin voll im Sandwich. Ups. Hab dich geschlagen. Nein, fünf Elektrikliessenzen. Wir kriegen wieder neue Zaubersterbe. Fünf... Fünf verdammte Dinge, ey. Das war gut. Wir haben noch eine daheim, ne? Ach, kein solch scheiß Höhen spielt. Aber wir haben jetzt sechs. Das heißt, jeder kann noch mal zu kurz Zaubersterben bekommen. Oh. Oh. Der Arm ist. Der Arm ist. Der Arm ist. Alter, warum hab ich so viel Scheiße immer gesagt? Nein! Nein! Richtig gedroppt. Ne, ist nicht meine goldene Feder, oder? Ist das die? Oder nicht? Ich habe meine goldene Feder gerade durch den Back geklont. Okay, gut. Geil. Aber dann ist die eine wertlos. Ne. Oh, doch. Sie ist doch wertlos. Schade. So, warte. Wie ist die denn? Ähm. Oh mein Gott. Schnell nächste Etage. Es ist gerade Rumble Time. Warte, du was? Warte, du was? Leute, seid ihr jetzt gerade? Welche Koordinaten? Nein! Welche Koordinaten seid ihr gerade? Es geht. Da ist die Unterstelle. Da ist ein Ram Up. Leute, welche Koordinaten seid ihr gerade? Minus 300, Minus 200. Ram Up ist weg. Also es ist so gefallen. Ach. Ach. Da unten seid ihr. Okay. Oh. Nein! Ich kann es gerade nicht abbauen, ne? Äh. Bau ab, bau ab. Ich kämpfe. Ach. Oder. Oh oh. Es backt. Ich kann es nicht abbauen. Oh shit, ich komme. Das leckt. Eine Etage hoch. Nochmal eine Etage hoch. Da ist die Kiste ist kaputt. Oh Gott. Ich spring runter. Ich bleibe hier auf dem Baum nebendran. Heilige Maria. Alter Schwäge. Simon, wo bist du? Ich bin runter gesprungen. Die Explosionen machen aber gut Schaden. Simon, wo bist du hin? Hier. 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 In ihrem Film geben. Leder? Autopi. Hier hat nichts von vielen organisms報den an. Hier. Was hab ich gerade. Genau. Das ist heute. Und jetzt und genau. Da sind die Läder nur so etwas gab. ihr so Fans auf. Ist das erfolgreich. Ist das ひer Dans Ladies? A�! Ja. Er ist auch noch zu Treffnis. ja ich weiß 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 ich hab das ich hab zwei knackrollen Reitsachen hier. Ich hab auch eine knacken Reitsache. Guck an, die, die, äh, die waren nicht Magnetisierung. Hier haben wir auch noch einen Helm für dich. Und ich hab auch noch einen Helm. Ich hab Pro Helm. Ich hab Pressurei. Hey, das ist hier noch mal besser als meine eigentliche Rüstung. Geil, das ist diese gute Idee auch. Auch hier mal eine Hose mit Protection 2. Hey, die ist mir geil. Hey, die behalte ich selbst, weil ich hab eine mit Protection 1. Ich hab auch eine Protection 1, das ist geil. Nein, Protection 1 war auch gut, wenn es mir ging. Ich brauch, hab gar umverzaubert. Geht bitte. Oh. Wieso, was brauchen wir? Ich glaub, das können wir eigentlich alles gebrauchen. Gantraude und so. Also, ich hab ein Ray-Folge da halt. Oh, ich glaub, wir müssen die Folge beenden. Dann hast du keinen, wirklich keinen Red Matteo-Festion. Okay, also. Protection 4, der ist auf jeden Fall besser. Also, auf jeden Fall, dann würd ich sagen, das war's mit dieser Folge. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, haut rein. Bis dann und ciao.